Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Hallo Meinung, es ist mir eine besondere Freude, heute in Berlin Vera Lengsfeld begrüßen zu dürfen. Frau Lengsfeld ist bekannt, eine der bekanntesten Bürgerrechtlerinnen in der ehemaligen DDR, ja, politisch engagiert, Publizistin. Also es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, sie begrüßen zu dürfen, Frau Lengsfeld, und besonders bei Hallo Meinung. Herzlichen Dank und es ist für mich eine große Ehre mitmachen zu dürfen, dann ist meine Devise, nur wenn wir genügend Leute bekommen, die aktiv werden, werden wir auch was verändern und Hallo Meinung ist die Plattform für Leute, die aktiv werden wollen. Ganz lieb und genauso wie meine Devise ist, alle Macht geht vom Volke aus. Wir müssen bloß dieses Instrument ergreifen, das bedeutet nicht lethargisch, das bedeutet nicht, dass wir bloß Likes machen, sondern wir müssen aufstehen. Und wenn es jemand gibt, ein Mensch, der dafür steht, dann ist es Frau Lengsfeld. Und wer sich mit der Biografie von Frau Lengsfeld beschäftigt, der wird meine Worte untermauert sehen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schön, freue mich. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, www.hallo-meinung.de. Schaut mal rein, freut mich. Vera Lengsfeld und Peter Weber. Dankeschön.